Hier ist ne Kette. Und da auch. Stopp mal. Bitte. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht könnte das klappen. Hab ich doch richtig gesehen, dass da noch ne Kette ist. So. Kann ich hier das Rad irgendwie mal sehen? Oh, die schlafen alle. So. Haus kaputt. Das Mistvieh. Hau die Leuchteviecher kaputt. Aua. Oh, die halten viel aus. Oh Gott, halten die viel aus. Oh, die sind die nervig. Nein. Töte mich nicht. Ich möchte meinen Stein behalten. Roll weg. Ihr seid ja... Ah, seid ihr Assi. Ah, getötet. Stein der Waisen. Ja, komm. Warum lege ich mich auch mit den Viechern an? Warum bin ich nicht einfach weggegangen? Warum bin ich nicht einfach weggegangen? Alter. Nymphenbeere. Nymphenbeere. Halmos. Na gut. Ich möchte eigentlich nur runter. Äh, wieg, 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 wieg. Kann ich da jetzt nicht rüber? So. So, da muss ich hin. Äh, ich möchte nicht runter gehen. Wo eine Etage werde ich wohl runter müssen. Aber ich kann von hier nicht an die Dinger. Und dass diese Tür nicht aufgehen, ne? Gibt's später noch einen Hard-Mode oder was, dass man dann den Schlüssel braucht? Ne, wenn ich hier runter falle, falle ich ganz runter. Das ist ja ganz doof. Ich möchte da rüber. Dann kann ich da wieder nicht hin. Dann muss ich hier wieder rüberklettern. Das ist doof, dass ich da nicht... Na, mach schon. So, komm. Und loslassen. Bin ich jetzt richtig? Ne, ich hätte wahrscheinlich das Rad anders stellen müssen. Ich drehe durch. Einer ist tot. Okay, okay. Und noch einer. So, layout, layout, layout. Ganz viel Geld. Vitalium ist sehr gut. Hm. Ich hätte das Rad wahrscheinlich anders stellen müssen. Ein bisschen früher stoppen. Damit ich von hier da hoch... Oh, warte mal. Ne, reicht nicht. Mist. Äh. Na, dann nochmal. Dann nochmal. Von vorne. Verspendet ja keine Zeit oder so. Aber ich habe ein nasses Fleisch. Ich kann noch einen Try machen. Ist ja egal. Mann, 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 Mann. Ein Dungeon, wo man nachdenken muss. Ich dreh durch. So. Oder bin ich von der falschen Seite? Ich bin von der falschen Seite drangegangen, ne? Mist. Ist natürlich hohl. Na gut. Nochmal. Ich muss... Von... Der Ebene... Wo komme ich denn da hin? Da komme ich doch nur über diesen... Mist dahin. So, stopp mal jetzt. Ne, der stoppt immer in festen Intervallen. Das heißt, das ist gar nicht so falsch. Nur wie soll ich denn jetzt... ...auf die untere Ebene da kommen? Wie komme ich denn jetzt da runter? Da unten kann ich mich nicht dran festhalten. Da komme ich nicht dran. Von ganz unten komme ich da auch nicht dran. Hier mal das Vitalium, damit mich das wieder ein bisschen hoch halt. So. Das tat ein bisschen weh. Die schweren Münzen nehme ich gerne. So, da kann ich hochklettern. Hi, Dude. Ich lasse dich mal in Ruhe, ja? Ich kann dich nämlich nicht leiden. So, wenn ich hier rausgehe... ... bin ich hier rausgehe... ... bin ich hier rausgehe... ... komme ich hier so rum. Was war hier? Hau ab! Lass mich. Hier war nix, ne? Was war denn hier? Dann komme ich hier... ... und nehme den großen Knochen mit. Ich glaube es ja wohl. So. Verdammt sind das viele. Äh... Alter, sind das viele. Fünf Stück oder was sind das? Gott. Ah, Moment. Bin ich hier? Da war der erste Dings. Um dich werde ich bestimmt nicht besiegen. Du bist gebufft und auch noch sowieso stärker. Ja, jetzt bin ich hier. Weg den Mann nicht. Das wäre ganz cool. Oh, das war gerade so. Hauen wir den trotzdem mal kaputt. Ist der jetzt tot? Ne, ist er noch nicht. Der soll mal hier hinkommen. Sonst, äh... Fällt der... Nein, ich... Sonst fall ich runter. Du müsstest doch jetzt... Ach ne, du bist auch gebufft. Warum seid ihr denn alle gebufft, ey? Warum seid ihr denn alle gebufft? Ist ja ganz abartig hier mit euch. Oh. Aber Levelaufstieg. Cool. Gut. Endlich die Kette gefunden. Ich gehe auf jeden Fall vorher nochmal zurück zu Helena. Den Weg nach oben kennen wir ja schon. Den haben wir ja schon gesehen. So. Okay. Dass es hier nichts drin zu sammeln gibt. Sonst gab es hier mal was. Naja. Also in den anderen Räumen. So. Meilenstein erreicht. Das will ich ja auch meinen. Ne? So. Will ich jetzt... Will ich jetzt runter? Ich will jetzt runter, ne? Ich will jetzt runter. Das wird weh tun. Okay. Doch nicht so weh tun. Ah, es tut vielleicht doch weh, wenn ich mich von hier fallen lasse. Moment. Äh, kann ich mich da dran hängen? Ne. So. Ich möchte mich erstmal zurück zu Helena. Gibt es hier noch was? Ja, wenn ich mich da runter falle, das bin ich ganz unten. Das ist gut. So. Macht auch keinen Schaden. Tut auch keinem weh. Ah, außer dass der Gegner da... Hm, lass mich in Ruhe. Lass mich hier einfach nur raus. So. Einmal zurück zu Helena. Das nasse Fleisch müsste sie dann voll machen. Oder fast voll. Von der Energiezeit her unten. Und dann schnell... Zum Boss. Den Bossweg haben wir schon gesehen. Äh, zumindest glaube ich, dass er das war. Deswegen müssten wir das eigentlich schnell hinkriegen. Oder so. Außerdem muss ich auch mal zurückkommen, damit sie nicht... Damit sie nicht schon in Monsterstimmung ist. Das muss ja nicht immer sein. Ist nicht gerade förderlich für die Zuneigung. Außerdem sind die Wind... Wissen wir das mit den Rädern? Äh, Reifen, äh... Ne, Armreifen reparieren nicht gerade förderlich für meine Geldbörse. Naja. Geben wir erstmal das Fleisch. Was ist ab? Hier, kriegst du hier so Geschenk und so. Kriegst du nämlich, äh... Fleisch. Ja, du kannst es jetzt essen. So. Oh, nicht voll aufgefüllt. Ich dreh durch. Es füllt immer weniger auf, glaube ich, je öfter man das macht. Ja. Ja. Gibst mir 500 Layout. Das ist sehr gut. Reparieren. Irgendwas ist wieder kaputt gegangen. Ja. Irgendwie gehen diese Steine... ...verdammt schnell kaputt. So. Was können wir denn herstellen? Wir haben ja wieder Sachen gefunden. Du willst, was du kreieren möchtest. Äh. Okay. Schützträger. Vielleicht sollten wir das vielleicht mal machen, statt dem... ...statt dem Wächterstein. Segensbringer. Das ist natürlich... Dafür brauche ich ein Amulett oder was. Dann machen wir den. Gehen. So. Dann haben wir nämlich noch mehr Schutz. So, jetzt haben wir noch... ...Medizin, die wir machen können. Äh. Sogar mehrmals. Es ist eine gute Vorbereitung. So, jetzt können wir dafür kein Elixier machen. Ist ja auch egal. Äh. Quecksilber können wir machen. Quecksilber ist immer gut. Wir können noch eine Spektralschuppe machen. Äh. Ja. So. Ich weiß ja nicht, was man so alles braucht. Eigestahl. Seltsam. Gefärbt. Vielleicht können wir die Waffe dann gleich... ...aufwerten. Phönixstein. So, vielleicht können wir die Waffe wieder verbessern. Mit dem ganzen Zeug... Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ist ja auch egal. Äh. Ein Elixier nehmen wir mit. Medizin nehmen wir mit. Heilmittel habe ich genug. Vitalium. Ah. Vitalium. Oder was hast du noch? Ja. Vitalium nehmen wir mit. Ich habe wieder Münzen zu verkaufen. Ähm. Glaube ich. Hatte ich Münzen? Ich habe doch Münzen. Aber ich habe keine normalen Münzen gefunden. Okay. So, Waffe verbessern? Nein, das geht nicht. Doppelklinge benutze ich nicht. Die würde ich auch, glaube ich, gar nicht aufwerten. Da fehlt Quecksilber. Habe ich das nicht gerade hergestellt? Bestimmt für irgendwas anderes wird er verbraucht, ich hält. Hätte ich mal vorher geschaut. Schade. Ach, egal. Äh. Zurück. Zurück. So. Dann wollen wir mal das Amulett ausrüsten. Ach, der braucht vier. Ah, das ist mies. Ah, Moment. Wenn ich das ein bisschen alles umdisponiere. Anlegen. Dann. So. Müsste ganz gut sein. Es ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht irgendein Ein-Slot-Ding habe. Aber naja. Gut. Dann gehen wir jetzt noch das Zeug hier weglegen. Was wir nicht brauchen. Das macht ein Stahlgewicht. Das hätte ich jetzt auch nochmal gucken müssen. Äh. Stahlgewicht. Das kann man ja auch anlegen. Äh. Was ist das? Stärkt die Kette. Okay. Äh. Ja. Ich schlafe dann mal, bis sie aufwacht. Und dann geht's weiter. Dann müsste auch schon wieder Tag im Turm sein. Das heißt, alle Monster sind wieder wach. Ah, plaudern wir nochmal mit ihr und dann gehen wir. Äh. Äh. So. Nö. Nö. Äh. Oh. Vielleicht war es nur meine Imagination. Haben wir ein komisches Geräusch gehört? Ich wüsste nicht. Das war etwas schwarz. Das klingt so. Boah. Wer weiß, was hier so rumläuft. Gott. Naja. Wir gehen weiter. Zum Turm. Auf zum Boss, würde ich sagen. Hoffentlich wird der Boss schnell fertig mit uns. Oder wir mit ihm. So. Hauen wir mal die Medizin in den Slot da unten. Und dann geht's los. Oder weiter. Das sieht immer aus, als ob da was liegt. Aber da tropft's nur. So, Monsterchen. Ich lass dich mal da in Ruhe, ne? Das Öl nehmen wir mit. Free Oil Force. So. Da ist nix drin. Jetzt kommt eins aus dem Wasser. Oder auch nicht. Keine Lust. Äh. Ich muss hoch. Hoch. So. Mist. Diesmal hat es nicht gereicht. Mit dem sofort loslassen. Schade. Ich möchte das Vieh, glaube ich, Emma. Mist, es hat nicht gereicht vom Schlag her. Ach, wieso trifft mich das? Wie denn immer? Alter. Ich drehe gerade ein bisschen durch hier. So. Gib mir Fleisch. Oder eine harte Schuppe ist auch okay. Gibt's kein Fleisch mehr, wa? War schon zweimal da. Geht nicht mehr. So. Ausweichen. Komm, du bist auch dran. Bäm. Voll auf den Kopf gekriegt. Ach, Mist. Ich dachte, es wäre tot. Es hat einen Schlag gefehlt. So, dann hast du das Fleisch. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass ich nochmal zu hell in der zurückgehe. Obwohl, kann sein. Wenn der Boss schlimm wird, sollten wir uns das vielleicht überlegen. Eigentlich wollte ich das cool überspringen hier. Ich lasse mal aber nicht hier los. Ich lasse mal... Einfach da hochklettern. Was hier? Kommt man hier auch klettern? Ja, klar. Ich hält. So. Jetzt wollen wir darüber. Darüber und da hoch. Oh, Mist. Unser Taxi. Nein, was... Warum hast du denn jetzt losgelassen, Aaron? So war das nicht gedacht. So. Lässt er einfach los. Hallo, halt dich dran fest. So, danke. So, jetzt sind wir da hoch. Mache ich das gerade richtig? Gehe ich gerade den richtigen Weg? Ich bin mal unsicher. Werden wir gleich sehen. Noch höher ging es nicht, glaube ich. Nee, ist richtig. So. Liegt eine harte Schuppe rum. So, wir wollen ganz hoch. Was liegt denn da? Goldmünzen. So, wir wollen ganz hoch. Nein, tut mir nicht weh. So. Äh, ich muss jetzt gerade gucken. Was hier? Göttinnen-Tränen. Okay, was war denn hier? Ah, hier geht's auch raus. Okay, das ist der Weg zum Boss. Das ist eindeutig. Oh man, da wartet ein großer. Oh nein. Wieso wartet der hier auf mich? Ah, den mache ich aber jetzt noch tot, weil sonst nervt der mich. Und es nervt es mich. Oh, der hat sich gebufft. Ich darf nicht so ein Button smashen. Ich muss die Kombo gezielt auslösen. Nein, roll weg. Gott, der macht so viel Schaden. Nein, 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 nein. Nimm mal ein Medizin. Edizin. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Das meine ich. Die Viecher sind Ätzen. Gott, seid ihr Ätzen? Ist er tot? Jawohl. Gut, auf zum Boss. Gut, auf zum Boss.